Lieber Jesus Lopez, herzlichen Dank, dass du uns eingeladen hast, bei dir in deinen Räumen über das Thema der geistigen Heilung zu sprechen. Du bist Geistheiler und es ist ein starker Begriff, den vielleicht viele Menschen gar nicht verstehen und sagen, ist das nicht Mittelalter, ist das nicht etwas, das schon in unserer modernen Zeit längst überholt ist? Ja, sehe ich genauso. Also der Begriff, mit dem Begriff kann ich auch nicht viel anfangen. Heiler suggeriert im Gegensatz dazu, dass man dann selbst der Heiler ist, nicht der Kanal. Deshalb würde ich sagen, kann man es so stehen lassen, auch wenn das Wort Geist, in Geisteswissenschaften ist Geist noch mit drin, aber in vielen Begriffen ist es schon raus oder gar nicht mehr im Bewusstsein der Menschen. Aber es geht ja um das Händeauflegen, die energetische Arbeit und die Verbindung von Körper, Geist und Seele. Wie bist du als Geistheiler zu deinem Beruf gekommen oder deiner Berufung? Also ich habe schon als Kind gespürt, dass ich diese heilerischen Fähigkeiten habe, habe erst mal an mir selber geübt, hatte dann mit der Zeit auch Verbindungen zur geistigen Welt und wo ich dann auch zwischendurch die Verbindung gespürt habe, in Träumen gelehrt wurde, immer wieder. Und so hat sich auch die Fähigkeit mit der Zeit gesteigert. Und über die Jahre traf ich dann verschiedene Lehrer, wo ich dann meine Fähigkeiten, Erfahrungen ausweiten durfte. Und dann kamen Freunde, Bekannte und dann mit der Zeit, als ich mich selbstständig gemacht habe, dann mit den Klienten baute sich das Ganze noch zusätzlich auf, neben den Übungsgruppen, die ich damals hatte. Welche Menschen kommen denn zu dir? Menschen, die im Endstadium einer Krankheit sind oder vielleicht ganz aus anderen Gründen? Von mir kommen vom Manager bis auch Ärzte, bis Arbeitslose, wirklich von jeder Berufsgruppe Menschen, mit verschiedenen Vorstellungen, mit verschiedenen Prozessen und auch unterschiedlichen Krankheitsbildern. Aber bei mir ist es nicht so, dass die Krankheit bei den meisten Menschen im Vordergrund steht, sondern viele haben sich schon mit dem Thema sehr stark beschäftigt. Also heutzutage, in der heutigen Zeit kann man nicht mehr davon ausgehen, dass die Menschen keine Ahnung über Geistheilung haben, sondern viele Menschen sind informiert, beschäftigen sich mit Spiritualität, mit spirituellen Themen, mit ihrer eigenen persönlichen Entwicklung. Und das ist über die letzten Jahrzehnte immer mehr und mehr geworden. Du berichtest auch darüber, wir haben ja ein paar Sessions mit aufgezeichnet, wo Menschen plötzlich in vielleicht vergangenen Leben sind, plötzlich auch selber mit Verstorbenen kommunizieren. Das ist ja sehr ungewöhnlich, oder? Ja, also für mich ist es Alltag. Also ich sehe die Menschen als multidimensionales Wesen. Und zwischendurch reisen wir in frühere Zeiten, leben, es ergibt sich. Oder ja, ich führe die Menschen dorthin, weil da ein gewisses Thema ist. Ich erinnere mich gerade an eine Klientin, die halt ein bestimmtes Thema in der Vergangenheit hatte, dass sie immer wieder, egal welche Entscheidung sie getroffen hat, eine gewisse Blockade zum Vorschein kam. Und sie sich gesagt hat, hätte ich doch damals mich anders entschieden. Und so habe ich sie halt in dieses Leben, in die Vergangenheit gebracht, wo sie dann in eine andere Zeitlinie blicken durfte, erleben durfte, wie es gewesen wäre, wenn sie diese Entscheidung getroffen hätte, die sie gerne haben wollte. Und sie erkannte, dass die Entscheidung, die sie in diesem Leben getroffen hat, die richtige war. Und das erlebe ich immer wieder, dass genau dieses, was wäre gewesen, wenn, gewisse Schuldgefühle zum Vorschein bringt bei dem einen oder anderen. Und immer, wenn wir in diese Zeit zurückreisen und Alternativen uns ansehen, wird immer erkannt, es war genau richtig so, wie es gewesen ist. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Botschaften überhaupt für die Menschen, die jetzt zusehen, dass du eigentlich die Entscheidung, die du triffst, ist das, was du sagst, immer die richtige Entscheidung war. Und im Nachhinein nicht sagen kannst, man hätte doch eine andere Entscheidung getroffen, im Blick sehen, das jetzt, wo ich vielleicht meine, das wäre die falsche Entscheidung, man braucht eigentlich gar keine Schuldgefühle haben. Ja, aber halt vom Verstand her, oder wenn wir im Materiellen sind, eben unserem normalen menschlichen Bewusstsein, erkennen wir das nicht. Egal, wie oft uns die Menschen sagen, ja, aber ist doch die richtige Entscheidung gewesen. Es taucht nicht in die Tiefe rein. Und dadurch ist es, dadurch, dass wir in diese Zeit zurückgehen oder in diese Bereiche, können neue Erkenntnisse entstehen, können neue Einsichten gewonnen werden. Und das ist eine ganz andere Ebene, wo die Menschen dann selber zu dieser Entscheidung, zu diesem Entschluss gekommen sind. Bei mir ist es auch so, dass es nicht darum geht, Menschen in die Abhängigkeit zu bringen, sondern mehr in ihre Kraft, in ihr Bewusstsein, in ihr spirituelles Bewusstsein, aber auch bewusst Entscheidungen im Leben zu treffen. Weil wir sind Menschen, wir sind geistige Wesen, die als Menschen menschliche Erfahrungen machen. Und wir haben es mit dem Leben zu tun. Und sehr oft entfliehen Menschen und gehen den spirituellen Weg nicht aus einer spirituellen Absicht, sondern aus einem Fluchtgefühl. Okay. Und es geht wieder darum, wenn diese Menschen in dieser Flucht sind, wieder in das Leben reinzubringen. Dann gibt es andere, die spirituell Erfahrungen sind, dass sie merken, sie kommen gerade nicht weiter, dann weiterzubringen. Und über die Hände, über die Verbindung, über die Kommunikation, die stattfindet, kann ich wahrnehmen, was ist jetzt richtig. Was vielleicht auch interessant ist, ich habe ja verschiedene Berufsgruppen und ich hatte auch mal eine Prostituierte hier, wo ich dann wahrgenommen habe, dass sie halt, sie kam wegen Depressionen auch unter anderem, aber ich, da waren halt Gefühle da, die für normale Menschen im normalen Alltag eigentlich sehr blockierend werden. Aber dieses Gefühl, vorsichtig zu sein vor allen Menschen, war wichtig für ihren Job. Und das sind dann Bereiche, wo ich wahrnehme, okay, da arbeitest du jetzt nicht dran, weil das benötigt wird, weil das jetzt noch nicht dran ist, weil es gerade in ihrer jetzigen Jobsituation auch notwendig sein kann. Und darauf zu achten, das wahrzunehmen, hat auch mit Fingerspitzen im Gefühl zu tun. Und das ist dann halt nicht so wie in Büchern, ja, wenn du das spürst, dann machst du dies und jenes, sondern man muss auch schauen, wie sieht das Leben der Person aus? Ist diese Blockade gerade wichtig? Ist sie notwendig? Zum Beispiel, wenn jemand mit Hunden trainiert, immer angespannt ist, weil er Kampfhunden auch zu tun hat, dann ist diese Vorsicht ganz wichtig. Jemand im Bombenkommando, dass eine gewisse Konzentration da ist, eine gewisse Angespanntheit, die dient zum Überleben. Das heißt, wenn ich als Geister an diese Bereiche rangehen würde, diese versuchen aufzulösen, könnte dann im Leben, was als Blockade für den einen oder anderen wäre, was sie in diesem Moment nicht ist, halt zu einer Gefahr werden. Es kommen aber auch Menschen, die das Gespräch suchen, vielleicht eben die Spiritualität weiter auszuleben. Und manche Menschen entdecken eben das größere Bild, dass dieses Leben über mehrere Leben hinausgeht, vielleicht sogar endlos ist. Und wie wichtig sind denn Gespräche? Ich führe immer mit den Klienten Vorgespräche und aus dem Gespräch selber höre ich auch raus, wird das in der Sitzung vorkommen oder nicht. Manchmal reden die Menschen und ich merke, ich kriege jetzt nichts mit. Was die Person redet, sind gewisse Wünsche, wo der Verstand hingeht, ist in die eine Richtung und was die Seele möchte, in eine ganz andere. Und dann werden wir nicht großartig viel reden, sondern wir fangen mit der Sitzung an und dann zeigt sich genau das, worum es eigentlich wirklich geht. Weil manchmal belügen sich die Menschen selber. Manchmal wird über das Gespräch auch Dinge erzählt, weil über die Energien, die sich auch hier im Raum aufgebaut haben und auch in der Sitzung wird ein Feld des Vertrauens aufgebaut, wo die Menschen dann auf einmal anfangen, über Dinge zu erzählen, die sie nicht ihren Ehepartnern erzählt haben, nicht der besten Freundin. Letzte Woche hatte ich eine Sitzung, wo ein Klient auf einmal ein Geheimnis erzählt habe, weil ich das energetisch wahrgenommen habe, das dein Geheimnis ist und habe ihn direkt darauf angesprochen. Und dadurch konnte er es erzählen und es war eine Befreiung wie eine Beichte für ihn. Und das zu erleben, das steht nicht in irgendwelchen Büchern. Und das ist auch der Grund, wieso ich halt im Comic-Bereich auch reingegangen bin, weil ich gesagt habe, solche Bereiche zu erzählen, die Leute vielleicht langsam annähern zu lassen. Und für mich sind das Wunder, Gnaden-Erfahrungen, die geschehen dürfen. Und dass dann unsere Gesellschaft oder allgemein sehr oft das Thema Geistheilung belächelt wird oder die Menschen keine Ahnung haben, was da jetzt stattfindet, zum Beispiel Geister heilen, was ist das, was gar nicht mit irgendwelchen Geistern zu tun hat. Um Energien, oder? Es geht um Energien und unsere eigenen Energien, aber auch Energien von außen. Manchmal ist es so, dass es nicht um die eigentlichen Energien geht, sondern um Energien von außen, die einen beeinflussen, wie ein Wirbelsturm. Oder in einem der Comics, was, glaube ich, in einem halben Jahr rauskommt, ist ein Bild von einer Frau, wo eine Art Schutzschicht ist. Und man sieht, dass halt die Großmutter für sie betet. Und diese Klientin war bei mir und sie war bei mir, weil sie sagte, mein ganzes Leben ist gerade im Chaos. Und dann bin ich in diesen Wirbelsturm des Lebens reingegangen und habe gemerkt, dass das noch schlimmer gewesen wäre, wenn die Großmutter nicht immer regelmäßig auch für sie gebetet hätte. Und sie so, sie betet für mich? Ja, überprüft das. Dann kam sie wieder und hat es mir bestätigt. Sie hatte nämlich ihre Großmutter gefragt und die Großmutter hatte erzählt, dass sie jeden Abend, bevor sie zu Bett geht, für sie betet. Hat ihr im Gebet auch einen gekauft? Ja, eindeutig. Es gab ja dieses große Experiment, das geschaut wurde, okay, wie ist es, wenn für Herzpatienten gebetet wird. Und zu Anfang war der Euphorie groß, weil die Gebete gewirkt haben. Langfristig hat dieser Test gezeigt, dass es nicht der Fall ist. Wo ich mir aber auch sage, okay, es sind gewisse Informationen nicht rausgekommen, weil wie war die Motivation der Heiler auch unter anderem? Wie war die Anbindung der Leute? Wie sehr waren sie im Leben? Wie sehr haben sie sich eigentlich auf die Gesundung eingelassen? Weil auch das Thema Energiegebet wirkt nur bis zu einem gewissen Grad. Und wir haben auch das Thema Schicksal. Das spielt auch eine Rolle, was gerne außer Acht gelassen wird. Thema Körper, gesundheitliche Konstitution und andere Aspekte. Aber zu Anfang ist es wie eine Starthilfe im Endeffekt, das Gebet. Aber im Endeffekt geht es auch darum, dass man selber auch sich sagt, ich lasse mich drauf an. Du machst ja Ausbildungen auch für Heiler, wo jemand dir diese Heilausbildung machen will. Aber du machst auch Heilertage. Genau. Was passiert da bei diesen Heilertagen? Also bei den Geisternungsdagen ist es so, dass bis zu 50 Leute kommen. Und der Tag geht von 10 bis 18 Uhr, wo wir auch Pausen eingebaut haben, damit die Prozesse nachwirken können. Und in den Videos, die ich auch zwischendurch veröffentlicht habe, ich habe nur ein paar veröffentlicht, weil ich sage, es geht auch um das Thema Privatsphäre und nicht jeder möchte gezeigt werden. Aber manchmal kommen Entladungen zum Vorschein. Die Kundalini-Energie steigt an. Spirituelle Prozesse, Gnadenerfahrungen. Ganz, ganz viel, was geschehen darf. Und bei jedem Menschen passiert was anderes. Durch diese Gruppenveranstaltung selber ist das noch ein bisschen anders, dass wir nicht auf persönliche Themen eingehen können, je nach der Größe auch des Tages. Und bei mir geht es nicht darum, dass ich wieder den Leuten irgendwas beibringe oder irgendeine Predigt halte, sondern es geht darum, dass die Leute wieder über sich ankommen, runterfahren. Es zeigt sich, dass in den letzten Jahren der Stresspegel bei den Menschen sehr nach oben gestiegen ist. Und die Menschen sich immer mehr und mehr verlieren auch über die Geschwindigkeit, die diese Zeit mit sich bringt, dass viele gar nicht mehr mitkommen. Und diese spirituellen Prozesse oder halt Erkenntnisse oder halt Entscheidungen können dadurch noch verstärkt verbessert werden, weil man dann wieder mehr bei sich anfängt. Und wie gesagt, die Leute schreien oder manche weinen etc. Und es gibt eine Art Gruppendynamik dann auch. Ja, also es passiert wirklich, dass zwischendurch auch Menschen anfangen zu schreien, weil schreckliche Erfahrungen in der Vergangenheit liegen oder auch einfach ein stummer Schrei die ganze Zeit aktiv im System eigentlich stecken geblieben ist und nicht rausgelassen wurde. Und über das Energetische kann dieser Schrei rausgehen. Und es ist nicht nur Befreiung für die Person, die den Schrei loslässt, sondern aktiviert bei dem einen oder anderen, ah, entweder Angstgefühle oder man fängt selber an, sich zu trauen, zu reden, zu schreien. Man merkt auf einmal, dass eine Kettenreaktion stattfindet oder dass Menschen vor der Lautstärke der Gruppe zu sich zurückziehen, weil etwas Ungleichgewicht ist, weil man sich zu sehr auf das Außen konzentriert, anstatt bei sich zu bleiben. Und dadurch sehe ich nochmal zusätzlich, was passiert. Die Entladung, das Zucken unter anderem, was bei den Menschen stattfindet, hat auch mit den Vitalkräften zu tun, mit der Entladung, mit den Ansteigerungen der Kundalini-Energien. Und da finden dann auch nochmal zusätzliche spirituelle Prozesse statt. Kommen wir mal zu den Comics nochmal, weil ein Geister, der eine eigene Comics-Serie hat, das ist sehr ungewöhnlich. Ich glaube, du bist der Einzige auf der Welt. Soweit ich das gesehen habe, bin ich da der Einzige weltweit. Ich habe da die Postkarten jetzt erstellt, damit jeder, der zu den Geistheilungstagen kommt, was mitnehmen kann. Das ist übrigens auch eine Geschichte. Also wir haben einmal das Comic-Cover und zu jedem Comic-Cover, was ich monatlich in meinem Blog veröffentliche, habe ich auch eine Geschichte. Das sind Elemente, die der Realität entsprechen, der Fantasie aus dem Bereich der Esoterik. Und so bringe ich die Menschen auf andere Art und Weise dem Thema Geistheilung näher näher und neuer Aspekte, die in Büchern nicht drin sind. Weil die Bücher sind auch sehr rational zwischendurch ausgerichtet und hier will ich auch unterhalten. Man hat also die Möglichkeit, in der Unterhaltung sich damit auseinanderzusetzen, dass vielleicht auch bei dem einen oder anderen etwas aktiviert wird, auch die Neugier. Es wird auch zusätzlich ein junges Publikum angesprochen und ich wollte eigentlich einen Comic mal erstellen. Aber das Produzieren, Veröffentlichen, Voranbringen, also die Preise, da habe ich mir gesagt, dann machst du nur einen Comic, nur eine Geschichte und das war es dann. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, die Comica was zu machen mit einer Geschichte. Damit kann ich viel mehr erzählen, jeden Monat eine neue Geschichte und so geht das voran. Und nicht nur, dass ich als erster Geistheiler ein Comic erstellt habe, eine Geschichte von einem Geistheiler als Hauptperson, als Superheld, sondern ich werde jetzt im 19. Juni auch in einem Comic-Museum hier in Köln einen Vortrag über die Geschichten halten, über die Comic-Covers und auch freue ich mich schon sehr. Ja, das ist auf alle Fälle ein neuer Zugang vielleicht auch an Menschen, das ist ein bisschen zu erleichtern, über den Tellerrand zu blicken. Unsere Gesellschaft ist sehr verkopft, ist sehr im Verstand und die Menschen möchten aber gerne, ich sage jetzt mal, wir haben eine Zeit der spirituellen Obdachlosigkeit ein bisschen zurzeit und viele Menschen sind auf der Suche. Kommen auch Menschen, die Antworten bei dir suchen, wie sie ihr Leben leben sollen? Eher weniger, sondern es kommen Menschen, die diese Antwort in sich suchen. Und da führe ich sie hin, ich begleite sie, ihre eigene Wahrheit zu erkennen, weil die eine Wahrheit, die für den einen richtig ist, kann für den anderen ganz falsch sein. Es muss nicht unbedingt passen und deshalb ist die individuelle Begleitung ganz, ganz wichtig. Wenn Menschen teilweise mehrere Jahre zu dir kommen, wir haben ein paar Klienten mitgefilmt, der sagt, ich komme immer wieder mal zu dir, was haben die für Motivationen? Ist das Abhängigkeit? Es ist eher so, dass sie dranbleiben wollen. So wie wir jeden Tag duschen, geht es auch darum, in der Regelmäßigkeit gewisse Gedankenhygiene zu betreiben, Energiehygiene, das Leben, je nachdem, wie es uns herausfordert, brauchen wir Zeiten der Ruhe, des Rückzugs, wie aber auch des Aufladens, der Begleitung. Und die Menschen, die jahrelang schon zu mir kommen, gehen eigentlich einen spirituellen Weg. Und ich bin nicht die Wahrheit, das transportiere ich auch nicht, sondern jeder geht seinen persönlichen Weg, schaut noch nach links und rechts. Und ich begleite die Menschen nur, wenn sie hier sind, wenn wir die Sitzung haben und die Menschen schöpfen wieder mehr Kraft, kommen wieder mit sich selber mehr in Kontakt und es entsteht eine innere Reife. Manchmal kann in einer Stunde so viel passieren, wie in einem Jahr Meditation. Diese Art der Reife entsteht von alleine, dass wenn die Klienten dann ihr normales Leben führen, auf einmal merken, es hat sich was verändert. Sie treffen auf einmal andere Entscheidungen, sie merken, dass das Denken klarer wird, bewusster, dass sie in Stresssituationen nicht mehr so reagieren wie vorher. Beim Coaching oder bei Verhaltenstherapie werden gewisse Verhaltensweisen trainiert, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Hier ist es so, dass eine Art Transformation stattfindet und der Klient auf einmal ganz anders reagiert, ohne etwas dafür getan zu haben. Also eine Art Reifeprozess, Erkenntnis, Klarheit. Transformation. Transformation, genau. Du sagst es. Das ist eigentlich genau das, was unsere Zeit braucht. Wir sind ja in der Zeit der Transformation, des wandelnden Prozesses, des Aufwachens, um zu erkennen, okay, es ist offensichtlich, das Leben ist größer, als wir bedenken, aber jeder muss seinen eigenen Weg finden und den muss er in sich selber finden. Richtig, genau. Und in unserer heutigen Zeit finde ich eigentlich, dass sich viele Wege geöffnet haben. Es ist alles viel offener. Das Thema Spiritualität wird auch eher angenommen. Wenn wir mal sehen, bei den Zeitschriften in früheren Zeiten, wenn über Feng Shui geredet wurde, geschrieben wurde, war das noch sehr exotisch. Heutzutage in jeder Frauenzeitschrift ist immer irgendwas im Bereich der Soterik mit Steinen, mit Feng Shui, Spiritualität, schöner Wohnen, energetisch, Yoga, in den verschiedenen Ausrichtungen, die da sind. Also es ist sehr viel da. Die Menschen sind interessierter, aber es ist immer noch ein Bereich, wo man sagt, das mache ich eher für mich. Ich erzähle das nicht jedem. Zwischendurch habe ich Klienten, die dann halt auch erzählen, endlich habe ich jemanden, mit dem ich reden kann, dass ich mit meinem verstorbenen Mann rede. Für mich ist das so, ja, okay, Pilleballe ist nicht viel, aber ich kann diese Menschen verstehen, weil, wenn man nicht die richtige Umgebung hat, mit denen man darüber reden kann, ist es halt auch so, dass es einen belastet. Und es ist ein Befreiungsschlag, dann endlich mal mit jemandem über solche Dinge zu reden. Jetzt sind wir mal beim wichtigen Punkt, Menschen, die mit ihrem Verstorbenen sprechen. Also offensichtlich sind diese geistigen Wesen oder diese Kommunikation mit anderen Welten viel weiter verbreitet, als wir eigentlich denken. Also ich bin ja sehr mit der Lehre des Spiritismus befreundet. Und ich finde immer, man muss auch sehen, in welche Richtung. Jeder Mensch hat unterschiedliche Zugänge. Der eine reist durch andere Welten, durch außerkörperliche Erfahrungen. Der nächste macht Reisen in frühere Leben. Der nächste spürt, dass er Kontakt mit Geistwesen hat oder sogar mit Verstorbenen. Also jeder hat einen anderen Zugang. Deshalb kann man auch gar nicht sagen, das gibt es nicht, weil man nicht in den Zustand, in dieser Verbindung anderer Menschen reinschauen kann. Wenn man selber nicht diese Verbindung hat, heißt das nicht, dass andere Menschen sie nicht haben. Aber durch die neuen Kommunikationskanäle werden natürlich viel mehr Geschichten offenbart. Die Menschen lieben Geschichten. Und diese Geschichten geben ja den Menschen Hoffnung, dass es mit dem Tod nicht vorbei ist. Und dass wir offensichtlich mächtigere Wesen sind, als wir bedenken. Ja, und dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass sie diese Verbindung aufbauen. Und dadurch löst sich auch nochmal etwas, das löst sich ein Schleier ist. Man spürt natürlich mehr die Verbindung. Viele Menschen sind dem Thema offener gegenüber. Das Thema Tod wird nicht mehr im geheimen Kämmerlein als spooky angesehen, sondern man öffnet sich dem Thema. Oder auch nicht mehr nur den allgemeinen Religionen oder den großen Religionen. Genau. Man merkt einfach, es hat mit einem selber zu tun. Die großen Religionen, nehmen wir mal Jesus, nehmen wir mal Buddha, da wurden die Lehren im Nachhinein geschrieben und von den Schülern weiter verbreitet. Eigentlich wollten sie ja keine Religion draus machen. Und es ging immer darum, die Wahrheit in sich zu entdecken, das Thema Liebe, die Verbindung zu Gott etc. Aber nicht, dass eine Gemeinschaft entscheidet oder dass wir Texte auswendig lernen, sondern das bringt schon wieder gewisse Strukturen, kann für den einen oder anderen ein Gefühl von Sicherheit bringen, eine Ausrichtung. Aber irgendwann geht es auch darum, sich davon zu befreien und sich zu öffnen und eigentlich dahin zu gehen, das, was gelehrt wurde, sich darauf einzulassen. Hat vielleicht auch mit der Geschichte zu tun. In den letzten paar hundert Jahren, da war ja eine Phase dabei, da wurden Menschen, die diese energetische Arbeit oder vielleicht auch Hinsatzkontakte etc. oder andere Informationen verbreitet haben, auf dem Scheiterhafen verbrannt. Das ist auch irgendwo im kollektiven Gedächtnissen abgespeichert. Jetzt beginnt man sich wieder zu öffnen, dann kam die Zeit der Aufklärung der Wissenschaft, wo versucht hat, alle diese Phänomene irgendwie rational zu erklären. Das scheint auch im großen Teil jetzt gelungen zu sein, aber ein gewisser Teil wurde nicht erklärt. Und genau das ist dieser Bereich, das Nichtgreifbare, das jetzt auch wieder zurückfindet in unserem Alltag. Es ist ja auch interessant, dass der Bereich Spiritualität auch mehr im Bereich der Wissenschaft reingeht und wir immer mehr und mehr Antworten bekommen. Du hast ja auch sehr interessante Beiträge auch geteilt in deinen Sendungen, wo es darum ging, dass Wissenschaftler diese Bereiche untersucht haben. Und das ist ja auch sehr interessant. Wurdest du schon mal einen Wissenschaftler mit deiner energetischen Arbeit irgendwie gemessen oder untersucht? Bisher nicht. Also bisher hatte ich Ärzte, die bei mir waren als Klienten. Ärzte kommen zu dir. Ärzte waren auch bei mir. Und da gab es sich dann auch sehr interessante Erlebnisse. Zum Beispiel hatte ich eine Ärztin da, wo wir dann die Verbindung über eine Astraloperation von der Lunge, von der rechten zur linken, eine Verbindung aufgebaut haben. So, rational würde das kein Arzt machen, aber sie hat das selber sogar in der Sitzung gespürt und wie gewisse Kühle sich dann ausgebreitet hat, eine Auslastung. Und ja, die Ärzte öffnen, immer mehr Ärzte öffnen sich dem Thema. Ich wollte ja auch das Thema Forschung verstärkt voranbringen. Zeitlich passt das gerade nicht. Das will ich aber weiter fortführen. Und da haben sich auch Ärzte bei mir gemeldet, die gerne mit ihrem Wissen auch unterstützen möchten. Also wir haben noch große Veränderungen vor uns, aber wir sind mittendrin. Danke, Jesus, für dieses Gespräch. Danke, Nebo.